Das Laptop Battle ist eine Wettkampfveranstaltung, in der verschiedene Produzenten aus Dresden gegeneinander antreten. Ich schließe mich eine Woche ein und benutze die gegebenen Samples, um daraus drei Tracks zu produzieren. Ich habe 100 Samples und versuche das Beste rauszuholen. Man muss einfach ein bisschen kreativer mit den Samples umgehen als andere. Ich habe 100 Samples und versuche das Beste rauszuholen.